Ich bin Ann-Marlene Henning. Ich bin Sexologin. Ich frage es jetzt, ne? Habt ihr guten Sex? Ja, das ist eine Frage. Welche Eigenschaften sind es von dir, die du hast, die du nicht verändern möchtest? Weil das bin ich. Hallo. Ja, wie oft habt ihr denn Sex? One, two, three! Ja, man möchte ja auch in dieser Situation der Frau was beweisen. Was muss man denn beweisen? Dass man halt gut im Bett ist. Die meiste Zeit, wenn ich mit Frauen im Bett war, ging nichts. Ja, da kam keine Erektion. Was tut du für guten Sex? Ich. Qualos, Schwanz, gemischt, Pimmel, Pipi, Riemen, Schniedel, Nippel, Dödel, Flöte, Nudel, Gurke. Letzte Frage, geht's? Sex ohne Liebe? Ich möchte eigentlich, dass sie glücklich ist. Dann greife ich quasi den Penis, jetzt bin ich gerade bei der Frau. Ich greife den Penis und hier lasse ich aber los. Man kann sich förmlich vorstellen, wie da die Durchblutung stark ist. Durch die Bewegung. Durch die Bewegung. Mir gefällt das. Ja, wenn es richtig gemacht wird. Das sieht gut aus. Das macht was mit dir.